Auf geht's, Männer. Schnell einen Skevran abhaken und dann gehen wir wieder als echte Männer ins Spiel. Gib uns eine Granate. Oh, was haben wir für einen kostbaren Schlüssel? Eine Granate, Männer. Ich hab's doch gewusst. Ja, Boss, du hast immer recht. Ja, ich weiß, Gowalski. So. Dann auf zur nächsten Lootstelle. So, bisschen lauter gemacht. Unsere Ohren sind nicht mehr die besten. Deine vielleicht, Skipper. Meine schon. Ja, Gowalski, du bist der Coolste. Ich weiß. Das wollte ich damit nicht sagen, Sir. Hast du aber. Oho, ein erstes Opfer. Hoffentlich. Oder wir gehen drauf. Bam! Ein super Schuss, Sir. Danke, Gowalski. Alter. Der war ja... Der war ja super fett angezogen. Scheiße, passt nicht rein. Schade, unsere Mosin, die müssen uns von unserer ungeliebten Maffe trennen. Mach ich sonst nicht so gern, aber... Das Zeug muss mit raus. Alter, was hat er für geilen Loot. Ich bin ganz aufgeregt, Männer. Ich merk's, Sir. Ich bin auch aufgeregt, Skipper. Wenigstens einer. Kleiner Mann. Ja, Sir. Es war aber ein... krasser Schuss. Der Schuss unseres Lebens. Mhm. Oh, Skipper, gut gelaunt. Was? Er singt ein fröhliches Liedchen. Ja, sing weiter, Skipper. Ja, Männer. Mehr kann ich nicht. So, Vaseline auf unserem Popo-Männer. Und dann geht's erstmal da hoch in die kleine Hütte auf dem Hügel, bevor wir uns dem Ressort widmen. Schöne unseren Matrosenanzügen sind wir heute unterwegs. Aye, aye, Skipper. Stilecht, sozusagen. So, jetzt zeige ich euch mal einen geheimen Geheimweg, den ihr so noch nicht kennt. Der schlaue alte Skipper hat ihn sich ausgedacht. Das ist doch eine Lüge, Skipper. Das hast du in einem Lernvideo von Pestilli oder Meier gesehen. Gib's zu. Na gut, du hast recht. Oh. Oh, was ist das, Männer? Mist. Wir haben uns die Pürzel gebrochen. Was war das denn? Eine Flugstunde. Aber hast du nicht gesagt, unsere Flügel taugen nicht zum Fliegen? Ja. Siehst du ja. Oder meinst du, wir sind lange in der Luft geblieben? Es war so schön, Skipper. Ich möchte es nochmal tun. Nein. Tja. Da oben schießen sie sich jetzt im Ressort die Köpfe ein. Und für uns hat es sich erledigt. Schade. Aber Skipper, wir können doch nochmal reinrennen. Bist du das lebensmüde oder was, Kowalski? Ich renne doch da nicht rein, wo die jetzt alle in ihren Ecken hocken und uns schon kilometerweit hören und riechen. Gehen wir woanders hin, widmen wir uns weniger schweren Aufgaben. Ja, auch nicht schlecht, Skipper. Auch nicht schlecht. Oh. Benno, da oben. Ich sehe Skipper. Leise, leise. Meinst du, den können wir abknallen, Skipper? Ich will es doch hoffen. Ich will es doch hoffen. Wo ist der? Da, da. Geil, den haben wir, Männer. Prima, so. Den nehmen wir aus wie eine Weihnachtsgans. Guckt euch die Body-Armor an, Männer. Dieser egerhafte Loot. Das ist dieser Dreckshütte. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Weg damit. Schreit ein jämmerlicher Skepsir. Ja, ich habe es gehört. Skipper, was wollen wir hier? Wir wollen Loot holen. Kleiner Mann, Loot. Wir brauchen Kohle-Zaster. Für unseren nächsten Rand. Aua, aua. Was? Er schreit sich noch die Seele aus dem Leib, so. Miststück, hat er gesagt. Da, da hat er das. Was hat er nun davon? Miststück. Schlechte Landung, so. Ja, vermasselt. Masseltoff. Oh, Kundschaft. Da nähert sich Kundschaft, Männer. Er kommt hoch, hä? Ich glaube schon. Da ist der. Granate raus. Hoffentlich hat sie ihn in Stücke gerissen. Wo ist er? Da. Er hat uns ganz schön zugesetzt. Aber der sagt kein Mox mehr, so. Ja, den haben wir zu Klump geschossen. Auch immer diese Blutung. Oh, fetter Loot. So, lassen wir die Redoute zurück und nehmen die mit. Ist ja auch eine Redoute. Oder? Ja. 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 Das sind total überladen, Männer. Und wir haben keine Energie mehr. 62 Kilo. Scheiße. Vitaminpillen rein. Schlankmacher. Und weiter geht's. Ich will den Loot hier rausbringen, Männer. Oh, wow, 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 wow. Das sieht nicht gut aus für uns. Wir müssen es bis zu dem Boot schaffen und hoffen, dass es da ist. Es geht bei euch aber Angst. Ich auch, kleiner Mann. Diesmal habe ich auch Angst. Denn wir haben echt fette Beute gemacht. Oh, wir müssen uns ausruhen, so. Ja. Oh, Männer. Ich habe Angst, dass wir es nicht schaffen. Wir liegen. Und er erholt sich nicht ein bisschen. Ja, weil uns die Energie fehlt. Habe ich da was gehört? So, Granade raus. Da vorne so. Da vorne. Licht aus. Schade, Männer. Es war so ein schöner Ran. So schöner, fetter Loot. Mist. Erster. Da wei, da wei, da wei. Da wei, da wei, da wei. Okay, sagt er. Ja, Skipper. Die sind nicht ganz dicht, die Scafs. Ja, ich glaube es auch. Schüsse, Sir. Oh, da kommt einer. Oh. Er hat uns getroffen, Sir. Voll in die Fresse, Sir. Ja. Geiler Schuss. Lass die Scafs da unten schreien. Oh, 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 oh. Schön, schön. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was mache ich? Ach, drauf geschissen. Los jetzt. So. Kommt noch einer. Kommt noch später. Oh, Kranat. Wann? Nein. Ich hänge fest. Back hier. Ich habe Angst. Da röchelt einer, Sir. Ich höre es. Das ist ein Scaf, glaube ich. Schwer angeschlagen. Kommt, den holen wir uns. Aber nicht mit akuten Munition. Ich hasse dich. Ich hasse dich.